Stimmt ja doch irgendwas nicht. Ja, dann ist da irgendwas verpackt. Ja. Das ist nämlich merkwürdig. Mit einmal nur noch sieben Mundsteinen. Krebs mich noch? Ja. Krebs nach unten nach als Maulpäffe. Alter, hier. Eingefroren. So. So. Es kann doch nicht so sein, wie es jetzt... Fert. Machst du? Klar. Bevor sie mit den Ebel ist weggegangen. Geil. Hatten wir dich auf jeden Fall den Gegner? Ne, ne? Hm? Wir hätten, glaub ich, nur das Oberteil, ne? Hm. Ne, ich bin am Anfang, die haben sich vorher auch schon bewegt. Oh. Kommst nicht durch. Ja. Weißt du, Jack, ich fand es nicht toll, dieses Gas zu töten. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich töte auch nicht gern, Baby. Ja. Alter. War ich nicht. Die haben natürlich was, die Granaten. Hm? Die Eisgranaten. War ich nicht. Kommst du denn da drauf? Das ist das Büro und benutzt die Steuerung, damit das weitergehen kann. Ähm, Büro, Büro, Steuerung, Steuerung. Die werden aber noch angesaugt sein. Also, die saugen sich an die Gegner ran. Du hast da was? Ja. Auch nur dann, wenn du mich auch lässt, ne? Ja, ich darf den ja nicht sterben lassen. 0,0, clap, clap. Wow, genau, und ich krieg ein bad ass alter, den muss ich jetzt irgendwie besiegen. Ja. Komm, gleich, warte, Gott. Ach ja. Fahrende Seite. Fahrende Seite. Ja, hab ich schon gemerkt, du auch. Alter, komm doch, geh kaputt, danke. Alter Schwede, ich muss die Waffe wechseln, die darf ich jetzt nicht mehr benutzen. Ja. Hier sind scheiß Waffen. Ja. Der Prototyp scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Hm. Oh, schon wieder am Mondstein. Uuuuh, was ballert denn hier? Ach, alles. Weißflop. Gegnerkumpel, Schild verringert. Die ganze Zeit. Hehehe. Der ist auch down. Ja. Die angesogen werden mit einmal. Das ist richtig. Alter. Schöne so ein Badass. Komm, geh doch drauf. Danke. Das ist gar nicht viele Mondsteine, hab ich denn. Keine Kranade. 45 und mein Handy vibriert, weil es nen Akku braucht. Ja. Ich hab 10 Stück schon wieder nur. Kannst du nicht einfach eine Kopie von mir in dem Konstruktor installieren? Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Allerhöchstes ein paar Tage. Ah, ah. Zu lang. Bis dahin der Zerbe dann den Mond schon aufplatzen lassen wie eine Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kammerjäger? Na, warte. Sorry, Felicity. Der Mond kann nicht warten. Komm, was denn? Die wehrt sich dagegen. Ja. Fettig drum. Vor allem, wenn wir wahrscheinlich gegen sie kämpfen müssen gleich. Wir kriegen erstmal alles aufhören. Verkaufen. Ah, warte mal. Irgendwas hab ich... Warte mal, gab's nicht Rückkauf? Rückkauf. Verkauf. Verkaufen. Rückkauf. Ich glaube, ich hatte was Gutes... Ne, ich hatte nichts Schlechtes Verkauf, Gott sei Dank. Nichts Gutes meinst du. Ja, nichts Gutes. Äh, Munition muss ich aufbauen. Besonders die... Die Laserwaffen, die haben sehr voll angetan. Hm? Diese Laserwaffen. Diese Strahlwaffen. Damit. Ja, die hab ich als erstes. Da hab ich tausend Munition von drinne. Okay. Ich find die gar nicht mal so schlecht. Mal was Neues. Viel Munition. Ohhhh. Ey, das wird doch einen Kampf geben, ganz ehrlich. Das ist doch nicht... Bitte so. Wie im Bosskampf. Bitch, Schatz. Ich pack meine Panzerfaust aus. Ist mir egal. Hab ich auch schon. Die wehrt sich dagegen. Siehste. Hier wird nicht unnötig so viel Strom stehen. Nein. 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 Ja. Dumm gesagt. Es wird böse enden. Was wollt? Das könnt ihr haben. Ich sag's ja. Boah, ich aktiviere das einfach. Bitte Doppelwaffen. Abschalten. Was? Was? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. WTF? Boah. Was? Was? Ich hab' einen Dauerstoffschutz. Ja, das reicht. Danke. Wow. Ah. Pf einfach... Ich aktiviere einfach. Egal, wenn... Schutzschild. Oder so'n Quatsch. Gut. Das hab' ich bekommen. Damit. Muss man auch fassen, sind die kleinen Überwachungstress-Dinger. Wow, keine Mission mehr. Fuck. Der Hammer! Zieht euch die Kleine an! Alter! Das war so klar, ne? Das war so klar, ne? Okay, so war's so cool. Aber warum greifen die uns an? Let's down! Ich tu ja mein Bestes, aber die KI wird sich. Wir müssen sie ganz deaktivieren, bevor sie aufgrund der kann. Schild. Let's down. Komm, gib mir doch einfach. Danke. YOLO! Jawoll! Jawoll, darauf hab' ich doch nur gewartet. Ich helfe dir gleich sofort. Kannst du noch ein bisschen aushalten? Ja, dankeschön, Flash. Den hätt' ich eben schön erledigen können. Ich bin gleich tot. Ich bei' mich! Ich hab' dir mal volles Leben gegeben. Ja. Ich hab' sie da aufgereicht. Vollkommen. Ich wär' schneller gegangen. Was denn jetzt komplett außer Gefecht setzen, oder was? Ja. Ich hab' mir wohl. Ja. Ich scheiße. Gestafft. Oh. Ich hab' ja nicht wirklich geschafft. Doch. Jetzt. Wow, das war heftig. Oder sah jedenfalls aus. Constructure. Dann wollen wir mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. Let's down, bauen wir ein paar geile Roboter. Ja. Äh. Centos. Ja. Okay. Okay, okay. Nicht schlecht. Aber, es kommt auch aufs Aussehen an. Denen fehlt, äh, das irgendwelche Etwas. Spritzen wir sie, Iberian Gelb. Ja, Sir. Ha, 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 ha. Ja, da sind sie doch. Mhm. Supergeil. Was? Nein. Gier, 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 Gier. Gip. 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 Gip.